Hallo Leute und willkommen zu dieser Folge von Spaceflight Simulator. Heute werde ich die Saturn 5, die ich in der letzten Folge gebaut habe, zum Mond bringen und wieder zurück. Also, los geht's! 3, 2, 1, lift off! Wir sind gestartet! 3, 2, 1, lift off! Bei 17 km etwa wird die unterste Stufe abgeworfen und die zweite Stufe wird gestartet. 3, 2, 1, lift off! So, jetzt wird auch der Launch Tower abgeworfen, da wir nicht mehr in der Atmosphäre sind. Dann wird auch die dritte Stufe abgeworfen und die zweite Stufe abgeworfen. Und jetzt wird die dritte Stufe abgeworfen. Und dann wird die dritte Stufe abgeworfen, und zwar das erste Stufe abgeworfen und wieder zurück. Jetzt wird auch die zweite Stufe abgeworfen. 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 So, das Service-Modul und der Mondlander sollen eine, äh, ein Mondorbit von etwa 10 Kilometer haben. Jetzt wird auch die zweite Stufe abgeworfen. So, und jetzt wird auch die dritte Stufe abgeworfen. Und jetzt wird auch die zweite Stufe abgeworfen. So, und jetzt wird auch die dritte Stufe abgeworfen. So, und jetzt wird auch die dritte Stufe abgeworfen. Ja, es gut so. 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 Ja. Ja. und geschafft so ein bisschen noch das hier füllen und jetzt auf dem Weg zur Erde. Hoppla, Moment, da. Hoppla, Moment. 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 Schade ein Like da und tschüss.